Schatz, warum hupt der hier? Ist nur 30. Keine Ahnung. Frauen können eigentlich immer gut fahren, dachte ich. Schatz, ich kann auch gut fahren. Boah, schon wieder, Mann, Schatz! Ja. Es ist rot. Warum hupst du? Dann fahr doch von vorbei. Wieso soll er dich überholen, wenn rot ist? Ja, keine Ahnung. Warum hupt er? Es ist rot. Rot. Warum hupt er? Schatz, vielleicht weil du nach links blinkst und rechts reinfährst. Schatz, der hupt schon seit 10 Minuten. Ja, und du sagst immer, du kannst so gut fahren. Ich kann auch gut fahren, aber ich lasse ihn jetzt vorbei. Es ist nervig. Wieso lässt er ihn?